hallo liebe voller hier sind wir auf von innenstadt sind wir jetzt rüber auf eine fußgängerbrücke hängen überall so schlösser liebe schlösser dann dran habt ihr gerade gesehen und hier oben noch mal einen herrlichen blick auf passau und auf die verschiedenen wirklich sehr schönen bauberge hier ja wir haben heute sehr viel wieder gesehen kann man alles gar nicht filmen dann wird der film dann daher viel zu lang und vielleicht auch für außenstehende zu langweilig weil das ist ja nur normal für uns so gedacht und für euch so ein bisschen was nur mal zu sehen so einen kleinen einblick das muss man alles selbst erwandern und gesehen haben das ist dann noch viel schöner macht's gut ihr lieben alles gute für euch bleibt gesund tschüssi